Heute erklären wir euch, wie viele Bienen schützen können. Vielleicht mehr Blumenwiesen pflanzen, dass die Bienen mehr Nahrung haben. Man soll auf gar keinen Fall Gift verwenden. Mehr essen und trinken, dass die Bienen nicht sterben. Man soll auf gar keinen Fall Bienen töten. Man kann auch mehr Bienenstöcker bauen, dass die Königin mehr Eier legen kann. Das Video war von Finn, Lilly und Laura.